der krieg wird nicht mehr erklärt sondern fortgesetzt das unerhörte ist alltäglich geworden der held bleibt den kämpfen fern der schwache ist in die feuerzonen gerückt die uniform des tages ist die geduld die auszeichnung der armselige stern der hoffnung über dem herzen er wird verliehen wenn nichts mehr geschieht wenn das trommelfeuer verstummt wenn der feind unsichtbar geworden ist und der schatten ewiger rüstung den himmel bedeckt er wird verliehen für die flucht von den fahnen für die tapferkeit vor dem freund für den verrat unwürdiger geheimnisse und die nicht achtung jeglichen befehls